So, da sind wir wieder und weiter geht's beim Mass Effect und was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte, äh, das. Das hat sich gerade so angeboten. Naja, gut, einmal über das Hinterteil im Bild und deshalb musste ich das machen. Das ging einfach nicht anders. So, weiter geht's. So, ich hab mal was ein bisschen an den Settings geändert und zwar habe ich die Pausen rausgenommen. In der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen flüssiger die Video-Wiedergabe läuft. Es ist mir nämlich auch gefallen, dass es ein bisschen komisch aussieht, obwohl das Video mit 30 FPS läuft. Sieht die Animation ein bisschen, naja, ruckelig aus. So, während Miranda hier gerade irgendwie ins Gras weisen will. Oh, da sollte Miranda hin. Bam. Jacob, bitte einmal pull. Toll. So, tot. Auch tot. So. Sag mal, bleibst du mal hier? Ach so, ist er. Was sagen, ne? Da hält sich die Lady nicht an meine Befehle. So gehe ich das aber nicht. Uh. Okay, aber ich gehe erst mal rüber. Da habe ich nämlich ein dringendes Bedürfnis nach. So, haben wir auch das hier abgestaubt. Oh, hätte ich auch hier durchgehen können. Naja, gut. Das wird zu einfach. So, jetzt habe ich noch ähm. Äh, naja, Map gab es ja nicht. Stimmt. Gut. Dann gehen wir jetzt hier durch. Sollte ich mal einen Blick auf die Map werfen, aber... What? You crazy? Da bietet sich doch mal an, ne, der kleine Arc Projector. Was? Deckung. Na, Deckung. Hm, hat irgendwie nicht so viel geklappt. Oh. Der ist geplatzt. Okay, dann machen wir das. Dann fangen wir mal hier unten rechts an. Hoppla. Mal wieder irgendwo gegen gerannt. Oh, okay. Oh, okay. The power must be restored. Dann restoren wir die Power doch mal. Da? Lauf doch mal. Ah. Oh. Das wird schön da sitzen, Miranda. Da hin. Ah, diese Schweine, die sich regenerieren. ist schon mal rein. Höch was, das ist nicht so fertig. Ooh. Uh. 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 We the floor. Uh. Uh. BAM! Schöne Kurve geflogen. Ah, fast hat ihn getroffen. Mit dem Slam. So, hier gab es nichts, ne? Doch, Muni. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich muss hier weg. Nein! Da müssen wir Snipern. Eins. Zwei. Gut, dass wir sowas Schönes haben. Okay, kommt mit. So. Äh. Schöne Entdeckung bleiben. Boah, wie viele sind denn das? Da muss ich ja mal den Arc-Dingsbums nehmen hier. Cool. Sehr gut. Kurz und schmerzlos. Oder schmerzhaft. Je nachdem, wie man das sehen möchte. West Fan Array initialize. So, dann kommt bestimmt wieder irgendwas dickes hier raus gleich. Na, sag ich ja. Ich bin noch nicht davor. Na. So, wir werden mal wieder regenerieren. Weil ich kriege immer ordentlich was in die Fresse. Oh ja, irgendwann habe ich mehr Zeitlupe und dann kriege ich ja mal richtig ausgeteilt in der Zeit. Haha, er fliegt weg. Sehr gut. So, nochmal draufhalten. Ja, selbst wenn sie die Panzerung haben, dann bringt der Shot wenigstens was, ähm, um sie kurz aufzuhalten oder so. Aus dem Konzept zu bringen. Also nicht ganz unnütz. Man wirft sie zwar nicht um, aber sie werden kurz aufgehalten. Ah, Dreck. Ich wollte was anderes machen. So, machen wir gleich hin. Pull. Oh. 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 Peace. Peace. Oh, Jacob ist so armart. Oh, das war knapp. Nee. Oh, Miranda ist tot. Außer gefecht. Tote sie nicht. Wow. Lauf, 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 lauf. Nein. Nee doch. Nicht da ran, geht da ran. Oh. Oh, scheiße. Oh. 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 Oh, mein Gott. Oh. So, willkommen zurück zum fünften Versuch, den Scheiß jetzt hier aufzunehmen. Einmal ist es, äh, ja, daneben gegangen. Das habt ihr gesehen. Dann hab ich's nochmal gemacht. Dann hab ich irgendwas falsch gemacht. Dann hab ich mich auch wieder verreckt. Und dann hab ich die Aufnahme nicht gestartet. Und hab's wieder verkackt. Und, äh, 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 naja, nochmal, so. Und das Doofe ist, man kann leider keinen Zwischenspeicherpunkt machen. Das find ich so behemmert. Das ist richtig schlechtes Spieldesign an der Stelle. Weil mal wirklich kurze Pausen dazwischen sind. Ja, ist halt die Fresse hier. So. Ich glaub, hier geht jetzt alle drauf. Oder gar keiner. Das war natürlich auch ne Methode. Alter, schön. Jetzt kann man noch speichern, ne? Super. Ja, dann mach ich ja gleich nochmal einen Speicherpunkt. Ah, nur nimm den Scheiß auf. So. So, jetzt kommen hier gleich wieder welche. So, das weiß ich ja. Alle schauen hundertmal. Okay, beide grad umgefallen da oben. Hm. Ich hab' ihn. So. Ach, doch nicht. Der Sausage ist nur in Deckung gegangen. Hm. Wenn ich eine Rakete nach der anderen fress. Ah, nur geh doch mal weg hier von der Scheißwand. Jetzt wird man ruhig mal ein bisschen dynamischer regeln können, das hier. Das Interagieren. So, wir brauchen den hier. Und eine Zeitlupe-Funktion. Ich wünsche, wie sich dem hier nämlich den Benzin-Könnister weg. So. Schon geht das auch alles. Pam, da ist er geplatzt, der kleine Arsch-Meister. Mann. Oh. Ah, war schon wieder knapp. Zwei Millimeter hier vom Lebensbalg noch übrig. Sehr gut. So, und hier meinte ich jetzt, kann man nicht speichern. Kann man immer noch nicht. Sehr gut. Ist ja auch so einfach hier. Sowas find ich zum Beispiel echt scheiße. Es ist grad ne ruhige Stelle. Hier kämpft keiner. Hier müsste man speichern können. Nein, geht nicht. Jetzt kommen sie gleich wieder hier. Hier geblieben. Nummer uno. Ich glaub, die hier hebe ich mir jetzt auch, weil ich brauch die gleich gegen den Sniper. Äh, die Schüsse. Nehmen wir die Pistole. So, ein Schuss knackt die Panzerung und zwei die Lebenspunkte. Bei den Watcher hier. Neun Schuss noch. Mehr Muni ist hier nicht doch. Aber jetzt ist keine mehr. Ist auch noch ein. Wieder neun Schuss. Jawoll. Warum nicht gleich so? Muss man immer erst grob werden. Ja, ich brauch oft dringend Incendiary Ammo. Die brennt sich dann schön durch die Panzerung durch. So, da kommen die hässlichen Viecher. Den einen muss ich wieder wegspringen. Weil das ist so ein Flammenwerfer, Heini. Ich hoffe mal, das klappt jetzt auch. Aber könnte geklappt haben. So, dann kommt der Dicke. Da. Ich kann das auch. Das war knapp. Ich kann wieder nicht speichern. Das kotzt mich an. Ich hab aber keinen Bock, alles 100 Mal zu machen, wenn man nicht alles auf Anhieb schafft. So, kommt mal mit. So, da oben sind jetzt Sniper. Gleich. So, da sag ich so. Einen haben wir. Noch einen haben wir. Ich hoffe mal, dass meine Kollegen überleben das. Na, das sieht schlecht aus. Ja, Jacob sitzt da sicher. Miranda steht irgendwie scheiße. Ah, ich seh nix. Dammt. Gerade noch so in Deckung gegangen haben. Wir werden das erledigt. Scheiße. Nehmen wir mal eine Pistole, Jacob. Seh nix. Jetzt. Den nächsten schnapp ich mir auf. Pam. Drecksau. Verdammt. Jetzt brauchst du wieder Pumpkern. Panzerung geknackt. Oh, so ein hässlicher. Na. Entdeckung. Ach, so war. Wenigstens haben wir eine starke Schwachstelle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Jacob. Sehr gut. So, da drüben hol ich mir jetzt mal Ammo. Den hab ich nämlich extra da liegen lassen. Für diesen Fall. So. Pistol. Ja, die Deskriptor-Ammo ist echt nicht praktisch für sowas. Wenn die alle gepanzert sind. Die bringt was gegen Synthetix oder Schilde. Oh. Fiechst doch mal. So. Der hat mich einmal getroffen. Ich hab gleich wieder eine ganze Menge Lebenspunkte und Schilde verloren. Natürlich komplett. Sehr gut. Gutes Teamwork. Ja, Miranda ist auferstanden. Ich kann speichern. Ist das schön. Können wir jetzt mal den anderen Flügel hier begehen. Müssen wir den ganzen Spaß auch nochmal machen. Ja, diese Mission ist schon ziemlich haarig. Ne? Kommt keiner? Na gut. Aber gleich bestimmt. Muni! Ist das schön. Da hab ich auch noch Muni drin. Wunderbar. So. Return to Morton. Ach, sehr gut. Ja, ja, Shepard rettet alle. Ja, ja, Shepard rettet alle. Und wenn du das sagst. Du bist ein Doktor. Du glaubst, in die Menschen helfen. Wenn du das sagst. Ja, und du bist nicht so gut. Ich kann sie helfen. Ich kann sie helfen. Auch wenn du das sagst. Ich kann sie helfen. Manchmal werden die Patienten helfen. Auch wenn sie gefährliche Menschen helfen. Auch wenn sie helfen, du sie helfen. Ja, ich kann sie helfen. Wenn sie sich helfen, dann kannst du sie helfen. Du musst nur hier in der Klinik enden. Es dauert nicht lange. Du kennst dich mit deinem Schiff. Ich freue mich darauf hin. Dann ende ich mal die Mission. Press and hold F. Achso, die Nahkampftaste, ne? Mausrad. Ne, ich möchte bleiben. Dann muss ich zurücklaufen. Naja, gut. Äh, da lang. Ja gut, das war dann soweit erstmal diese Mission. Hier hat sich ja nichts geändert, ne? Achso, die Pistole, ja. Gut. Erstmal gehen wir hier wieder raus. Aber jetzt muss ich wirklich zurück zur Normbedienung und muss dann wieder zur Omega? Naja, gut. Okay, Dr. Morden Solos ist rekrutiert worden. Die Plage wurde eliminiert. Okay. Sold Rifle Dammit haben wir gefunden. Die Carnifex Handcannon, die habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt. Gefunden. Medigill Plus Eins haben wir gefunden. Credits haben wir gefunden. Ein bisschen Element Zero, Palladium, Platinum, Iridium. Was ist das? Wunderbar. Ja, das war dann diese Mission. Lang und schmerzhaft. Und erstmal geht's gleich wieder zurück auf Schiffchen. Bis dann und danke fürs Zuschauen soweit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.